so ja wir kommen jetzt zur einer sehr spaßigen folge ich hoffe dass ich spaßig führt und zwar will ich jetzt mal kurz auch die kamera 3 umschalten und jetzt werden wir versuchen die kamera so hinzustellen dass wir den monitor und das zu gleichzeitig sehen sieht man wenn ich jetzt hier die w-taste drücke zum beispiel ja doch sieht man sie sieht man sehr deutlich ok jetzt wird es nämlich richtig heftig jetzt probieren wir noch mal die eine mission nein please don't so ich hoffe ihr könnt jetzt hier alles sehen im spiel so ein bisschen ausreichend ihr wisst ja bereits wie es aussieht reaktionszeit hey wieso ist der rot ich hatte doch geschafft ach weil er ausgewählt ist ja gut so ich bin mal gespannt okay 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 vielleicht schütze ich diesesí bis hier sind sie mal hier ich bin ich bin es werde ich ich bin mit ich ich bin Alter wie der LKW schaukelt Wow Das war ja schon fast Bestzeit 50 Gut Und jetzt mal einfach noch zum Spaß Fahre ich jetzt einfach mal durch eins durch Mal gucken was dann passiert eigentlich Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Zeit von 50 Erkennt man das in der Kamera? Ja kennt man Das ist eine Zeit von 50 Doch kann man gut erkennen Ich hoffe man konnte auch meine Finger gut erkennen Hä da wird einfach gar nichts genommen? Okay Ich dachte ich ritt in den roten Punkt Hm Oder kann man hier gar nicht verlieren? Ja echt man kann hier gar nicht verlieren Okay Auch interessant Gut Ich will beenden So Jetzt holen wir mal ganz los gucken hier Ähm Video So Jetzt wird's nämlich spannend Dann schalte ich jetzt mal wieder um auf Ähm Bildschirm Blablabla Oh Gott was ist denn das? Ne ist falsch Das ist richtig So erstmal Mal wieder zurückstellen Bevor ich hier Stress mit dem Beauftragten Kameras bekomme Ich hab' ich hab' mir gar nicht geguckt Ob er die Kamera überhaupt davor richtig eingestellt war Bei den anderen Videos Ich hab' mir das schon aufgefallen wäre Ja doch Okay Nicht Nicht dass alle anderen Videos einfach mal so waren I don't know Wobei mir das schon aufgefallen wäre Aber kann ja sein Dass die andere Videos irgendwie so waren Oder so waren Aber egal Die waren auf jeden Fall So Jetzt bin ich mal gespannt Ähm Mal gucken Erkennt man hier alles Ja erkennt man alles So wo war das jetzt Das war da 50 So hier war's gleich Wo alter Brrr Aus So jetzt Aha Das heißt Drei Frames Sind eine Zehntel Millisekunde Äh Sind eine Zehntel Sekunde So So Da fängt's grad an War's denn aber doch nicht Jetzt Ab viertesten jetzt muss man's sehen Das heißt ab jetzt wird gezählt Kann es jetzt gar nicht sogar schon sein Dass das Spiel schon vorher anfängt Das für das Spiel Das hier auch schon Teil Wobei Guck mal Jetzt kann man auch schon ein bisschen erkennen Die Frage ist halt nämlich wirklich Ab wann fängt das Spiel an zu zielen Ich nehm mal Ich bin mal sehr Gemein zu mir Und nehm doch schon Die Frames So das heißt ab jetzt Eins Zwei Drei Vier Hä Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Nol Zehn Elf Zwölf Dreizehn Vierzehn Fünfzehn Sechzehn Siebzehn Ah jetzt so Siebzehn Achtzehn Neunzehn Ja Also bei der siebzehnten Frame Fang ich an zu reagieren Ist aber mit den 30 Hertz von der Kamera ist ja scheißegal Wo das Video selber war ja trotzdem in 60 Hertz So das heißt wir haben jetzt wirklich 17 Frame At Na 60 Sechzigstel Sekunde Das heißt Ne Jetzt kommt Mathe King Ähm Siebzehn Mal Komma Also ich könnte jetzt schreiben Komma Eins Sechs Das wäre jetzt die Anzahl an Sekunden Äh das wäre die Anzahl an Sekunden Ähm Das auch könnte ich Genau Man macht es einfach so Ansonsten könnte man natürlich auch rechnen Siebzig mal Eine einsechzigstel Sekunde Ne Das wäre der klassische Weg Und da sieht man Der Wert liegt tatsächlich bei 30 Millisekunden Äh Also 0,3 Sekunden halt Und nicht bei 0,5 Wie das Spiel gesagt hat Das heißt das Spiel rechnet immer noch So 20 Also eine fünftel Sekunde um drauf Wahrscheinlich weil die Animation Halt Durchsichtig beginnt Und erst dann reinfadet Das heißt bis man Ein Mensch das überhaupt sehen kann Ist halt schon eine fünftel Sekunde Vergangen Obwohl für das Spiel Die Animation seit einer fünftel Sekunde Bereits läuft Deswegen Muss man immer Deswegen wäre es eigentlich besser Wenn wirklich etwas kommt Was schlagartig mit einmal kommt Weil dann ist das ein fairer Vergleich So Oder was natürlich auch sein kann Ist dass diese Fünftel Sekunde halt durch Eingabe Delay Im Spiel selber kommt Oder so Kann ja auch sein Ähm Aber auf jeden Fall Das mehr mögliche Reaktionsvermögen Konnte man damit jetzt gut vergleichen Und das liegt Bei einer drittel Sekunde Sprich also Na Na 0,2 Sekunde Was Also eine fünftel Sekunde Meine ich jetzt so Äh Immer unter dem Was ich vorhin angezeigt hatte In der letzten Folge Muss man also immer 0,2 Abrechnen Dann hätte man die realistischen Werte Das heißt Das heißt Mein Reaktionsvermögen Liegt Äh Zwischen 0,3 Sekunden Und 0,5 Sekunden So das heißt Im Worst Case Wäre es also 0,5 Sekunden Und das wiederum Bittes ja wieder zur alten Rechnung 0,5 Sekunden Bei 80 kmh Sind es ungefähr 20 Meter pro Sekunde Sagen wir mal Wir reden einfach mal ganz blöd Ja Wir nehmen einfach mal Ähm Wir fahren auf einer Autobahn Na gut 120 bringt aber nichts Und ein LKW kann eh nur 80 fahren So Also bleiben wir mal bei 80 So Das heißt 80 km pro Stunde Durch 3,6 Ist Die Anzahl an Meter pro Sekunde Der Umrechnungsfaktor von Kmh Zu Meter pro Sekunde Ist 3,6 Also Durch 3,6 Das heißt Wir fahren 22,2 Meter pro Sekunde Ja Und das denn Haut das hin Habe ich für den Falsch gerechnet Bei der früheren Folge Da ging ich ja von 40 Meter pro Sekunde aus Habe ich ja für Falsch gerechnet Irgendwie fahren 20 Meter pro Sekunde Ah Okay So Und das wie gesagt mal 0,5 Weil wir haben ja bloß eine halbe Sekunde Reaktionszeit Das heißt Alleine Meine Reaktionszeit Verbraucht Auf einer Autobahn Wenn ich mit 80 Sachen Prädere Alleine schon 11 Meter Von Ereignisseitpunkt Bis ich anfangen kann zu reagieren Fährt der LKW alleine Schon 11 Meter Und das muss man sich mal vor Augen führen Gerade wenn man im Echten mal sich vor Augen hält Wenn man wirklich mal irgendwo auf die Straße geht Also jetzt bitte nicht auf der Autobahn Sondern vor seiner eigenen Haustür vielleicht Da wo es nicht ganz so Störig ist Einfach mal Maßband auf den Boden legt Und dann mal abmisst Wie viel 11 Meter eigentlich sind Es ist nämlich gar nicht so wenig Und gerade wenn ein Kind Und gerade wenn ein Kind Auf die Straße rennt 11 Meter Ist nicht so weit Also Das Äh Ja Das ist schon Ängstigend Aber wie gesagt Wir reden gerade von 80 kmh Weil Ein LKW eben nicht mehr fahren darf So Zumindest mit der Auflieger Wenn man den natürlich noch vergleicht Äh Dass man als Autofahrer Ja die gleiche Reaktionszeit hat Und man mit dem Auto Auf einer Autobahn Durchaus mal 160 fahren kann Zumindest in Deutschland Oder 240 fahren kann Denn wären das halt 22 oder 33 Meter Da sieht es doch nochmal ganz anders aus Deswegen ist es also echt schwierig Echt Echt schon heftig Ja Gut Dann soll es das mit der Folge auch gewesen sein Als abschließende Folge zu den Reaktionstests quasi Ähm Und dann sehen wir uns Zur nächsten Folge Wieder Wo wir dann Im SkyNetFact Striving Simulator Ein bisschen freie Fahrt machen Bis dann